Alter Leo, die Bombe, die war ja assi. Spyro, komm schnell rein. Bist du auch mit drin? Leo, bist du auch mit drin? Ich weiß was aus, ich bin das für Paris. Wenn du jetzt noch nicht drin bist, dann komm in der nächsten Runde mit rein und dann hast du halt ein kleines Handicap. Du hast auch ein kleines Handicap am Rücken. Wieso haben denn Natja und Natja nur 5 und 9 Punkte? Weil wir einmal rausgezogen sind und dann hat man Pea gerannt, dann hatten wir einen blauen Bildschirm. Was soll ich jetzt tun? Also die Kapitel hier ist nicht so toll. Jetzt. Oh, Paris, wirklich. Nein, ich bin auch nicht gewaltt. Genieß einfach die Musik. Die ist vielleicht schön. Kann man ja nicht kriegen. Ah, sie ist schon voll die Seite, die Blutbrick. Boah, wer will denn da für die Bombe? Das ist so dumm. Ich krieg mir Feuerblumen. Ach, warte mal, man hat es mal. Ah, jetzt wird mein Ball entlang. Ich war gerade fünfter und jetzt elf. Und weggebombt zwölfter. Das passiert manchmal, entspann dich. Nee. Du hast noch Zeit. Wenn das in der letzten Runde passiert, dann ist es hoch. Aber du hast noch Zeit. Boah, ich bin ja von einem zweiten auf den neunen durchgeweicht worden. Jetzt krieg ich ja wohl mal eine Rakete oder so. Ja. Nee, ich krieg ein... Ein Geist. Wow. Was macht der? Sechs Pils hast du. Ich weiß nicht, wo ich hinfahne. Ich spürte immer erst ein Fallschirm. Dein Pils, Mann. Ich hasse es. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Nein! Da, ich bin jetzt ein. Das steuer ich nicht. Ja, eine Rakete, Junge. Das ist richtig. Wow, jetzt hatte ich einen goldenen Pilz und irgendein Spaß, die macht hier einen Blitz. Doch, direkt davor, wo ich runtergefallen bin. Und dann wurde ich auch noch zurückgesetzt. Ah, kein Doberreißen. Schade. Nein! Du kannst auch anhalten, ne? Dann kommt das Item schneller. Da, durch die Mitte. Durch die Mitte. Elfter. Der kann doch spielen gehen, als du dir auf uns saßt. Das war dein letztes Computer. Sag, wenn. Jetzt. Du drückst gar nicht. Ja, ich muss dich jetzt gut reinstellen. Ich glaube, das sieht aus. Nein! Einfach alles eingeschoben. Ich habe auch keiner. Komm. Dreckig, Junge. Oh, ich hasse diese Strecke. Ich liebe die Strecke. Hab ich die ausgesucht? Ich glaube schon. Ich hasse die. Merk dir das mal. Aber ich liebe die. Ich liebe die. Ich bin weg. Du hast nichts. Du hast nichts. Wow. Einfach durch beide Items durchgefahren. Kann man auch machen. Er kann bestimmt vom Auto. Der hat bestimmt das Self. Der hat das... schon wieder kein item, ne die will ich nicht mehr spielen ich natürlich Niko lauert wieder, der Niko der lauerer lauerer, was ist das denn? der einer der lauert ah jetzt habe ich eine abkürzung gesehen wo man mit luft nach oben geschossen wird ja brauchst du aber einen pilzführer, musst du aufpassen ok wer hat denn jetzt gerade einen geist gehabt ich mache euch die abkürzung wer ist denn Kim, oh mein weiß ich nicht ich dachte wir haben ein geschlossenes Ding einer konnte immer joinen er wird wahrscheinlich irgendjemand nachjoinen eigentlich können nur Freunde mitspielen also wird der mit irgendjemand befreundet sein oder der hat sich den Code von deinem stream geholt und streamt jetzt hat dir den links geschickt der Mario Kart ja haben die noch nicht gespielt oder? doch ja ja das ist ja 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 schlagt euch schlagt euch das waren Pakete, ich hab grad 6, war jetzt nichts möglich. Alter, was geht hier ab? Was bringt dieses Jumpen nochmal? Einen Boost. An der richtigen Stelle Jumpen, also kurz vor der Rampe, bevor die Ende ist. Dann kriegst du nochmal einen kleinen Smallen Boost. Oh, hast du einen Blitz! Einfach noch ein Blitz! Ich hab erstmal einen Pilz gesammelt. Komm jetzt einfach nur... Dann ist der erste zu weit weg. Noch mal einen für den Ersten. Pack jetzt selber meine Bombe rein, das liebe ich ja am meisten. Ey, vorm Ziel. Kein Problem, André. Jetzt gibts doch einfach nichts. Danke, ne? Komm, Süpta ist gut. Springen, gut, nochmal springen. Trotzdem geschafft. Wie knapp! Wer war das? Kevin! Oha, wie knapp! Ich dachte, Kevin ist im Allgemeinen besser. Das sind alles... ...undere Strecken. Ja, Spyro, sehr gut. Hm. Vielleicht kannst du das besser. Jetzt. Ich weiß nicht. Endlich! Meine Strecke und ich hab einen richtigen Start. Endlich! Magst du die Strecke, Jessi? Ja, Ende. Haben wir die auf der Bier auch gespielt? Kannst du. Ja, ist normal. Ist normal. Kann jemand die Katze bändigen? Früher? Könnt ihr reinlassen, wenn du willst. Mach mal. Dann fallen wir gleich hin und raus. Wie gehts da eigentlich? Gut. Ja, sehr gut. Wie lebt ihr bestes Leben? Ja. Ihr hättet ja auch Babys machen können, ne? Ne. Ich hätt dann keine abgegeben. Ein Kater hätt ich zur Verfügung gehabt. Alter. Dann haben wir hier aber 10 Katzen. Das will doch niemand. Wär doch geil. Wär doch geil. Ich würd sie ja nicht abgeben. Sind ja dann alles unsere Babys. Was hab ich denn da für ne Scheiße? Dann hättet ihr aber auch keine Probleme mehr. Dann hättet die Mimi die nicht immer Beschäftigung. Mimi. Cool. Und die Babys hätten mit sich selbst Beschäftigung. Cool. Ihr hättet nur die Pflege. Ey, wo kommt denn jetzt bitte? Boah. 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 Der netten Dingern. Wie fahren alle beide nach oben. Mann, ich brauch's Ängste! Hab ich jetzt zu... Zwölfter! Das erste Mal letzte. Jetzt weißt du ja schon selber, ne? Ich glaub schon. Ah, Nico. Viel besser, ne? Hier fühl ich mich auch eigentlich. Ah, erstmal die Abkürzung hinnehmen. Das ist es. Oh, falsch gedriftet. Kann man die Abkürzung eigentlich auch mit Driften nehmen, oder muss man einen Filz? Pils! Ach, diese random grünen. Was machen wir denn hier? Ah, hast du das eigentlich bekommen? Nein! Geil! Oh! Ja, richtig und richtig. Hatten Stern! Ja. Mann, wenn ich die Santenna aber an hab, dann kann ich ja gar nicht über den Rasen fahren und so, ne? Das ist bisschen nervig. Alter, wie einfach alle Werte hat der Wunder. Also nie Abkürzung. Ich glaub, dann kann man auch die Erster werden, oder? Kann man mal sagen? Ja, ich kann, also ich komm mit der Antenne gar nicht klar. Aber ich glaub, wenn ich die gar nicht esse, dann... Ich weiß das auch nicht so genau. Also wenn ich nicht drifte, dann ist es schwierig. Nein, das ist nicht. Wie ohne Antenne. Oh, Kevin Erster? Das ist deine Strecke, ne? Was passiert denn, wenn ich hier den, äh... Wann machst du denn Regenbogen, Kevin? Wenn was passiert? Wenn ich den Geist hab, was heißt das dann für alle anderen? Was hast du gesagt? Wenn ich den Geist hab, was heißt das für den Rest hier? Dass du unsichtbar bist, du kannst nicht getroffen werden, der Blitz trifft dich nicht. Das ist nicht wahr, als Letzte brauche ich das auch, ne? Hm, nicht so wirklich. Also du bist Player, ne? Ja, ich bin Player, ich bin Vario. Oh Mann, ich bin jede Wanderwege, ne? Mimi! Nein! Oh geil, ich hab die 8 bekommen! Mimi! Ja, natürlich vorm Ziel! Nein! Ne, 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 ne! Der hat sich in den Stuhl geklaut. So ne Rakete, Junge! André, da hast du nicht gehabt! So ne Rakete! Wenn er bis nicht kam, wärst du weg! Ja, das war 5 Jahre geworden. Ja, deswegen hab ich doch gesagt, der Blaue und du Lungast da hinterm, ja. Ja, ja, aber durch den Blitz, der hat mich auch gehalten. Ich weiß, hatte ich Glück. Wärst du dann noch stehen geblieben? Ah, der Yoshi. Hätte ich mich mal am Anfang konzentriert, dann wär ich weiter oben. Ich sag jetzt nix, ne? Ah, jetzt geht los! Jetzt! Ich sag jetzt nix, jetzt! Äh, das jetzt kam ein bisschen zu spät. Ja, ist bei euch auch Zeitversetzt. Bei uns ist das ja anders. Was? Was? Was war das denn jetzt schon wieder? Was war das denn jetzt schon wieder, ja? Was ist dich? Was? Also weiter konzentrieren. Ja, Konzentration ist vorbei. Kann nicht mehr auf. Hey, leucht' nicht so an. Ach, hör doch auf, warum hat man jetzt keine... Ich sehe gar nix. Da ist der blaue. Der kam von mir im Übrigen. Nein! Was tust du denn? Hast du gut gemacht? Ja, fand ich auch. Nein! Das ist gar nicht gut. Er verzwelle sich mit der Käse vor mir. Warum? Was ist denn der Bisse? Ey, das kann einfach nicht wahr werden, ne? Mann ey! Fuck you, Alter! Im sechsten? Ja! Komm, weiter, 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 weiter! Nein, 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 nein! Das Feuer! Der Feuerball. Du wärst fünfter geworden. Ich hab wieder gar nix gesehen. Dann kam der Stern, dann wieder Elfter. Boah, Junge ey. Okay, wenn du die immer aufgeliehen bekommst. Ja, ich wollte gerade sagen. Die hat ja keine Turniere. Na dann, wenn du da eh nichts zu so einem Spiel zu machen... Ich hasse es, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Ich spiel noch halt immer so... Ist das für ein Hdmi-Kabel? Ich spiel noch halt immer so... Ist doch das Hdmi-Kabel! Dann kriegst du das alles! Motherfucker Junge, wie sieht der denn auf diese anderen Stelle nicht weiter? Warum sagst du denn lieber was? Bombe! Ne Bombe! Ja, wir haben noch irgendwelche Neuerungen geschrieben. Oh mein, was ist das denn? Was ist das denn? Hm! Natürlich! Was ist denn? Hast du geschmeckt? Also ich bin jetzt voll miteinander runtergefallen. Ich glaub, ihr habt den Elkabon-Format. Guck mal, wie sitzt der! Voll die lange Strecke, oder? Ja, ist schon was länger. Einmal hier, was du sagst. Ich hab mich einfach nur dahin gelehnt. Ey! Nee! 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 Wie kann man denn schon wieder 10 so sagen? Ich weiß es doch auch nicht. Äh, da kommt ein Blauer! Bitte nicht in der Luft! Bitte nicht in der Luft! Die Pakete ist weit gegangen und ich... Oh, Junge, ihr habt gekürt! Nein! Oh! Junge! Oh, nee! Alter! Was machen die da? Welchen Stuhl? Alter Junge! André, Foto geht in die WhatsApp-Gruppe! Ja, ich bin gespannt! Lass ich wieder das Foto auch haben! Ich hab mich nur nach hinten gelehnt, da ist der ganze Stuhl zusammengeklappt! Guck, André! Und ich werde einfach stehen! Ja, du machst ein Foto! Boah, das ist ein Eier geworden! Alter Leo, die Bombe, die war ja Assi! Alter Leo, die Bombe war Assi! Wer ist da geworden? Die Bombe war Asozial, Leo! Alter, was ist das denn? Sechs! Boah, ich bin wieder dabei! Sehr gut! Ich bin aber auch nicht mit! Ja, ja! Ja, weil ich stehen geblieben bin! Ja, weil ich stehen geblieben bin! Boah, das war jetzt sehr aufregend! Boah! Boah! Kann man noch das Auto wechseln? Ja, kannst du gleich in der Runde machen! Aber das ist eigentlich gut, ne? Ja, aber ich will mal die Antenne ausmachen! Ja, aber ich will mal die Antenne ausmachen! Das kannst du auch jetzt machen! Aber dann müssen wir ganz kurz stehen bleiben! Nein! Du musstest Start drücken und dann Minus! Äh, äh, L drücken! Sorry! Start drücken, dann L! Ja, mach das einfach nach der Runde! Kennst du das mit den Heften? Ausgabe 1! Ja, ja, Ausgabe 1! Das ist gruselig, ey! Aber das muss doch schon vorher schon so ein bisschen einge... Eingeh! Mensch, du bist das Körpergepicht, weil du bist ja richtig einmal da hinten gekocht! Aber das war gar nicht so schlecht, die Position so weit auf dem Boden! Du hast viele in einem anderen Raum stehen! Ist das vieler Kopfkur! Aber wenn ich, ähm, die Antenne aus hab und dann... Dann kannst du runterfallen und so, ne? In die Kurve... Wow! Ich bin wieder zwischen zwei Eifens durch! Ähm... André, wie gesagt... Wenn ich Gas gebe, dann lenkt der mich nicht in die Bahn, dann fahr ich halt gegen die Wand, ne? Ja, genau! Dann lenkst nur noch du! Ja... Hm... Was da so schlau ist... Oh, falsch! I don't know! Ich neck mich auf... Ich wollte in die Abkürzung rein... Niko bist du in die Banane? Die war von mir! Nein! Nein! Scheiße! Geht wieder? Ja... Sollte... Gleich wieder gehen! Du hast meine Antennen... Hast du die angemacht? Hab ich angemacht! Danke, das Pizza für die Info! Danke, das Pizza für die Info! Ja, danach ist die letzte! Auf der Runde geflogen! Ich glaub, dir hat keiner zugehört! Doch, doch! Angehört! Guck dir! Hä? Scheiße! Ey, Alter... Ich weißt nicht, was ist ja aus, wenn ich jetzt alle Banne hier fahr' Was denn ruhig? Willi, jetzt fällst du nicht runter. Ey, was? Nee, das aussieht. Nee, also das ist überhaupt nicht passiert. Ich bin einfach zu schnell. Nein, ich war gerade zu schnell. Ich war gerade zu schnell. Ich weiß nicht, ich muss ja auch kennen, wie die Wüste sind. Ich weiß nicht, dass er in der Generation zu erzählen. Ja, das sagt der, der ein Süffler ist. Ja, sag der, der ein Süffler ist, ne? Der ist ein Süffler. Ich weiß nicht, der ist ein Süffler. Ich weiß nicht, der ist ein Süffler. Ich weiß nicht, der ist ein Süffler. Ja, halt. Wie gefürzt mich immer der Blaue. Ja! Immer wenn ich Pilze hab. Immer wenn ich Pilze hab. Pilze. Bitteschön. Ich kann einfach nie was anderes als hinsen. Kann die Bombe bitte kommen, solange ich noch ein... Jetzt kann auch einfach nur zwar sein. Ich bin schon am Arsch und dann fährt noch ein Stern in mich rein. Ist noch jemand noch mehr am Arsch? Nee. Ich war immer in derselben Gruppe. Ich bin schon am Arsch. Aber nur heute. Also ich falle an jeder Torbe runter. Ich treff wieder der Blaue! Wer war's? Wer war's? Wer war's? Nix verstanden. Täter! Ey! Gern geschehen! Ich bin neunte geworden. Tschüss! 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 Tschüss!